Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Evil Within. Da ist immer noch diese super... Ich muss mal kurz mein Mikrofon ein bisschen richten. Äh, super tolle Truhe. Ich hab keine Ahnung, kann man die Bomben entschärfen? Ich weiß es nicht und ich will es auch gar nicht probieren, ehrlich gesagt. Wenn die sterben, hab ich keinen Bock, das alles nochmal zu machen. Ich hab immer noch die Axt, wie man sieht. Ähm, ich bin da voll gut durchgekommen. Ich bin auch nicht nochmal gestorben. Nö, 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 alles gut. Oh, den können wir verbrennen. Dann tun wir das. Aber gerne doch. Oh! Warte, warte, warte! Du blöder... Äh, Arsch. Warte. Oh. Ha! Zwei Schüsse. Zwei Schuse, zwei Schuse und tot. Okay, die können wir nicht kaputt machen. Schüsse sind eigentlich ja immer nicht so gut. Ich hoffe... Hallo? Keiner da. Sehr schön. Wie kann ich denn eigentlich direkt nachladen? Ja. Wie kann ich denn eigentlich nachladen? Aha. Auf hier, Eck. Alles klar. Dabei habe ich dann direkt mal geschossen. Warum auch nicht, kann man machen. Es ist ja nicht so, als ob das schlecht wäre. Okay. Weiter geht's. Unsere Axt der Modelle verloren. Der hat ja... Ich möchte gerne geduckt weitergehen. Ich habe Angst. Etwas. Da ist noch ein bisschen Gehirnmasse. Da ist auch noch was. Ach du meine Güte. Überall ist etwas. Gut, die Flaschen. Ich habe noch gar keine Flaschen genommen. Ich müsste mehr Flaschen mitnehmen, um versuchen, die abzulenken. Hallo? Hören Sie bitte auf, die Scheiben kaputt zu machen. Vor allem, wer war denn das? Ha. Oh, 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 oh. What the fuck? Wie? Nee, da, 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 da. Jetzt. Nein. Oh, fuck you. Jetzt. Jetzt. Nein, geh doch mal weg. Oh, meine. Hallo. Weg. Warte, 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 hier. Ach, scheiße. Ich bleibe hier stehen. Ich habe vergessen. Ganz ehrlich, hier ist der blöde Kopf. Schieß in den Kopf weg. Geht doch, meine Fresse, ey. Kriegst du doch echt hier. Na? Das ist dann ja manchmal. Ah. Nicht daneben schießen. Was bist du für ein Poli... Ich gehe raus. Ja, super. Das ist toll, dass du jetzt die Fackel aufnimmst. Die ist auch... Achso. Ach, guck mal, wir können auch hier. Hui. Brennen. Oh. Warte, warte. Ist tot? Wenn nicht, dann jetzt hier. Ja, wir hatten mal... Warte, 14 Schuss. Wir haben noch einen. Also, man sieht... Ja, man muss eindeutig sagen... Ich gehe sehr, sehr gewissenhaft auch mit der Munition einfach um. Kann man gar nicht anders sagen. Ne. Hier ist irgendwas. Was ist da oben? Ich will nicht, dass hier irgendwas ist. Geh weg. Geh mir Gehirnmasse. Ich werde noch viel klüger. Wir haben die gar keine Chance mehr. Ich glaube, da oben ist noch was. Ich habe noch ein... Yeah. Warte, warte, warte. Nicht bewegen. Äh, verdammt. Gut. Moment. Ich habe... Das ist alles kein Problem. Ich habe nämlich noch diese Waffe. Oh, eine hübsche Frau. Nein, nein. Du bleibst schön liegen. Burn to hell. Das Messer verbrennt auch. Das irgendwie... Nein, nein. Ja. Gut, jetzt habe ich, glaube ich, gar nichts mehr zum Halen. Naja. Wir werden es wohl nicht brauchen. Ich spiele ja immer ganz souverän durch. Und das ist ja kein Thema. Oh. Harpunenbolzen. Eine mächtige Harpune für die Qualenarmbrust, um Gegner aufzuspießen. Gut. Wenn ich denn eine Qualenarmbrust hätte, dann würde ich mich jetzt freuen. Okay, wir werden erstmal hier noch ein bisschen rumstöbern im Haus. Und dich verbrennen wir und... Aha. Die Qualenarmbrust. Diese klappbare Armbrust hat eine starke Sehne, die anscheinend schwere Projektile abfeuern kann. Reichweite 100%. Reichweite 100%. Reichweite 100%. Hm. Gut. Explosivbolzen. Ein explosiver Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der in die Luft geht, sobald sich Gegner annähern. Er kann am Boden anwenden oder sogar auf Gegnern platziert werden. Das ist ja ziemlich diabolisch. So, aber zumindest sind wir nicht mehr ganz schutzlos. Was ist das? Achso, Holz. Ich dachte, Überreste noch von der Leiche, aber... Vielleicht sollte ich mir... Moment, ich sollte mir die mal vielleicht... Ja, ja, Steuerung, bla, 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 brauche ich nicht gucken. Ich weiß, wie es geht. Nicht. Doch. Ich werde schon herausfinden. So, du gehst mal nach unten hin. Armbrust. Laute Geräusche. Ach, jetzt hat er mich gesehen. Hat der eine Waffe gehabt? Willst du mich verarschen? Da hat der Arsch einfach eine Waffe. Ich flippe aus. Moment. Ach, er. Hallo, mein Freund. Ich dachte, er hätte schon nachgeladen. Ja, genau. Der zweite ging daneben. Deine Mutti ging auch daneben. Ich glaube, einen Schuss habe ich noch in der hier, ne? Ah, ne, guck mal. Ne, doch. Der hat auf mich geschossen. So, du Arschkrampe. Ah, guck mal, er klebt Hirnmasse. Das war jetzt nicht laut, oder wie? Aber wenn er auf mich schießt, dann schieße ich natürlich zurück. Wo kommen wir denn da hin? So. Laute Geräusche. Kann ich doch nichts für, ey. Weißt du, jetzt brauchst du es auch nicht mehr so vorsichtig aufmachen, weißt du, eh keiner mehr. So, jetzt tot. Musste ich nicht hier hin? Ja, ne? Ich glaube schon. Na dann. Frage, ne, ich gehe nicht in das Haus, dann sterbe ich und dann muss ich alles nochmal neu machen, dann habe ich... Scheiße. What the fuck? What? Warum war denn jetzt da ein Explosivbolzen drin? Das ist doch doof. Mann. Mann. Mann, 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 Mann. Sprinten? Wo bin ich? Wo, wo? Also ich glaube, ich bin hier unten irgendwo. Das wäre... Das wäre... Das wäre... Halten? Scheiße. Ich brauche Deckung. Ach, der Pisser. Ach, ich brauche keine Deckung. Scheiß auf Deckung. Ich muss hier einfach nur vorbeirennen. Achso, wir können nicht mehr sprinten. Das ist natürlich jetzt oll. Achso. Jo, das ist blöd. Okay, pass auf. Ich sollte das eigentlich untersuchen, aber wir müssen uns jetzt hier irgendwo verstecken. Irgendwo verstecken. Ach, wir sind ja im Haus. Das ist ja jetzt fantastisch. Ich dachte, ich muss alles nochmal von vorne machen, aber zum Glück ist dem nicht so. So, die werden hier bestimmt... Oh nice, oh nice. Nimm die, nimm die, nimm die, nimm die. Schrotflinte. Diese Repetier-Schrotflinte verfügt über einen kurzen Lauf mit weiter Öffnung, sodass die Schrotkugeln über eine kurze Distanz breit gestreut werden. Das ist fantastisch. Hm. Ich weiß jetzt nicht... Ja, ich glaube davon da kommen gleich welche, deswegen... Ich hab die gar nicht. Warum hab ich denn die noch nicht? Ach, verdammt. Scheiße. Ich hab der erste... Ist hier ein Schrank? Nein. Scheiß die Wand an. Er kommt jetzt zu mir, der kleine Mann. Sobald er hier ist, schieß ich auf ihn. Das war doof. Warte mal, kann ich... Ich... Ich probier mal was. Hm, hm, hm. Jetzt müsste ich hier irgendwie andocken können, das wär ziemlich nice, ey. Dann würde da nämlich einer durchlaufen und der wird tot. Das wär so toll. Ja, komm. Hm, 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 hm. Hiha. Hihaho. Moment. Ich muss aus dem Rauch raus. Hier bin ich. Haha. Trottel. So, ich nehm die Axt mit und ich nehm... Was ist das? Ein Lunchpaket. Nein, es sind eigentlich Schrotkugeln, aber es ist ein Lunchpaket. Wir können die auch schmeißen, das ist cool. So, der mit seinem komischen... Also, der müsste ja immer noch da oben sein. Vermutlich. Da war noch... Da war doch noch diese Polizistin, ne? Die, äh, ehemalige. Oder ist sie schon tot? Sie scheint schon tot zu sein. Na gut, dann ist sie halt nicht mehr da, dann soll mich das auch nicht weiter stören. Dann nennen wir hier so... Ja, ich weiß, der Pugenbolzen hat die Schnauze. Wo ist denn der Typ? Ist ja die Treppe jetzt runtergelaufen oder hab ich den schon getötet oder was ist hier los? Ich weiß es nicht. So, wir holen uns auf jeden Fall erstmal die Armbrust wieder. Boah, wenn ich das schon sehe. Ich werde so oft sterben wahrscheinlich. Okay, das geht nicht kaputt. Alles klar. Dann... Achso, jetzt können wir die... Ja, jetzt können wir sie natürlich leise aufmachen. Klar. Dürfte ich mich... Da ist er. Aber pass auf. Er wird mich nicht kommen sehen. Hihi. Und da ist der Tod. So. Wir nehmen uns nochmal die Axt. Wir verbrennen ihn auch. Ich weiß immer noch nicht, wofür dieses Verbrennen da sein soll. Vielleicht weiß man das später im Spiel. Aber bisher finde ich... Also aus dem bisherigen Spielverlauf... Hab ich keine Ahnung. So, Moment. Ich hab ja jetzt... Ja, ja, ich weiß. Armbrust. Pass auf. Die Armbrust legen wir nach unten. Allerdings möchte ich gerne... Ein paar Bolzen herstellen. Und ich würde gerne die Bolzen... Wechseln. So. Ganz normale Bolzen, bitte. Danke. Ach, ich hab... Verdammt, ich hab keine Muni drin, ne? Okay, dann muss ich... Ich hab aber nur ein Streichholz. Ich hab so viele Streichholze gehabt. Wie kann das sein? Was kann ich denn hier eigentlich machen? Nix. Nachladen kann ich. Ja gut, das ist schön. Ist hier nur einer? Nein. Okay. Dann alles bestens gelaufen, würde ich sagen. Gucken wir uns mal hier das Kabel an, würde ich schon sagen. Ach, das geht nicht. Ach, verdammt. Super. Es muss etwas geben, mit dem man da durchkommt. Bestimmt. Eine Kettensäge oder sowas. Das heißt, ich darf jetzt einen Gegner suchen, der wahrscheinlich eine Kettensäge hat. Ich freu mich. Es wird ne Mordsgaudi. Aber hier komm ich doch wieder... Genau, hier komm ich wieder hier rein. Gut, da oben war ich schon. Jetzt sind wir... Okay, erstmal nichts mit, oder... Nee, das kann man nicht mitnehmen. Alles klar. Komm ich hier eigentlich auch wieder raus? Ja. Okay, das heißt, ich darf doch noch in dieses Haus rein. Ich freu mich. Das ist gut, weil sonst wäre es schade gewesen. So. Oder warte mal, da war da auch noch einer drin. Aber gut, der war in Ketten. Der dürfte nichts haben eigentlich. Vermute ich mal. Nö, da ist nichts. Ich gehe mal nicht durch die Tür. Ich versuche mich mal durchs Fenster. durchzuschlagen. Ah, geil. Okay, das funktioniert leider so nicht, wie ich es mir jetzt erhofft hatte. Deswegen müssen wir wohl doch durch die Tür. Da ist einer. Er hat mich nicht gesehen. Er hat mich nicht gesehen. Nein, 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 nein. Oh, diese Scheiß-Tür. Mal gucken, was passiert. Aha. Geil. 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 Ja, genau. Ich mache das jetzt nochmal, weil ich fand das eigentlich schon ziemlich cool. Diesen Effekt. Also, was da auch immer passiert ist. Ich fand es ziemlich nice, der mich jetzt gehört. Der Sensen-Mann. Ich glaube, er geht gleich wieder weg. Ist hier sonst noch einer drin? Ich glaube nicht. Können wir uns eigentlich riechen? So, er geht weg. Schauen wir mal kurz nach. Dann töten wir ihn. Und wir haben einen Kontrollpunkt. Und ich höre noch so zwei, drei. Da ist ein Schrank. Das heißt, es könnte nötig sein, dass ich mich verstecken muss. Das ist ja fantastisch. Zum Glück haben die jegliche Fähigkeiten verloren, Schränke zu öffnen. Na gut, dann wollen wir mal gucken. Hier sind doch bestimmt noch so zwei, drei oben, oder? So, wo seid ihr? Hä? Ist hier eine... Ach, die steht da hinten am Fenster. Wir müssen leise sein. So. Das war's mit dem... Da ist noch einer. Ach, ich habe gar keine Streichhölzer. Ist doch blöd. So, nehmen wir uns das mit. Hier ist aber nichts, was nach einem... Einer Kettensäge aussieht. So ein bisschen suboptimal. Munition. Munition. Oh, ich glaube, das war sehr clever, hier einfach hinzugehen. Ohne zu gucken, ob da vielleicht irgendwas sein könnte. Ich dachte... Ey, manchmal, ich bin so unaufmerksam. Ich dachte, die Tür gehört noch zu dem Raum. Frage ich mich, wo ist denn hier noch eine Tür? Ich hoffe, der hat mich jetzt nicht gesehen. Habe ich mir die eigentlich... Nein. Ich muss mir die unbedingt mal auf eine Schnellleiste legen. Ja. So, ich hoffe, der kommt jetzt nicht rein. Genau, geh schön wieder zurück. In einer komischen Pickaxe da. So. Hier gibt es aber auch keine Kettensäge. Sieht mir zumindest nicht aus, ob es hier eine Kettensäge geben würde. Gehirn! Wir holen Gehirn aus seinem Knie. Alles klar. Da haben diese Zombies also ihre Gehirne. Ich finde immer gut, dass man nichts sieht, wenn man in den Raum geht. Das ist, äh... Oh, ein Trunk. Wie haben Sie das so schnell geöffnet? Sie können das gerne selbst probieren. Bitte. Die Zeit drängt. Wir müssen Leslie unbedingt finden, bevor... ihm irgendetwas zustößt. So, die chillt dann eine Runde ab. Leslie! Nehmen wir mal mit. Ach, noch so ein Dingsbums. Ein Tonband. Hören wir uns das mal an. Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht. Aha. Okay, alles Tests nur. Alles klar. Kann ich jetzt eigentlich zu ihm hoch? Was können wir hier? Ach, hier können wir gucken. Schön. Schön, schön. Hübsch, idyllisch. Hier möchte ich hinziehen. Nächste Woche ist der Umzug. Okay, ob wir da hoch können oder durch die Tür müssen oder was wir auch immer tun sollen. Wir werden es in der nächsten Folge erfahren. Wir werden nämlich dann mal gucken, wahrscheinlich müssen wir da hoch. Aber in der nächsten Folge erst. Ich bedanke mich bei euch. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Den richtigen Knopf treffen, sonst nehme ich ja weiter auf. Wäre blöd. Also haut rein. Wäre blöbres. Wäre blöd. Wäre blöd. Wäre blöd. Wäre blöd.